Das Death House, 1954 unter der Eisenhower-Regierung eingerichtet, dient als Bundesgefängnis der höchsten Sicherheitsstufe sowie als medizinisches, psychologisches und parapsychologisches Forschungszentrum. Agent Novak, das ist Ihre Studienkollegin Agent Toria Boone. Willkommen im Death House. Entspricht es Ihren Studien? Fragen Sie mich das in zwölf Stunden. Manche kriegen nur eine Dosis LSD, andere dagegen Elektroschocks oder Sinnesentzug. So zerstören wir Ihre Persönlichkeit. Wir haben hier noch ein paar Überraschungen für dich und deine süße Kollegin. Unser Ziel ist es, das Böse auszulöschen. Wir werden uns in der Hölle wiedersehen. Hat Seek jemals Death House erwähnt? Oder vielleicht die fünf Übel? Ich weiß, dass dieses Haus krank ist. Und ich weiß, dass Sie vorsichtig sein müssen. Haben Sie keine Sondervorrichtung, die jeden in diesem Höllenloch umbringt? Sie sind doch hoffentlich bewaffnet. Was ist mit den fünf Übeln? Sie wissen etwas. Oh ja, ich weiß alles, Novak. Redmayne! Wir müssen irgendwie nach oben. Ich bin unsterblich. Wir müssen hier raus. Ich folge dir in die Hölle. Der Weg raus führt nicht da lang, sondern runter. Zu Ihnen. Mit mir. Wir haben den Aufzugsschacht vergessen.